Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Heute werden wir unglaubliche Dinge erfahren über die KI, die künstliche Intelligenz. Gewisse Gefahren sind uns vielleicht bewusst, auch der Nutzen, den sie auch wirklich hat. Aber was wir heute erfahren, das ist wirklich spektakulär. Und ich werde darüber mit Dr. Michael Treiner sprechen. Er ist Naturwissenschaftler, Psychokinesiologe, Autor und Coach. Es wird eine spannende Sendung. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Michael. Hallo, Silvia. Ich freue mich sehr, bist du heute bei uns. Ja, ich freue mich auch. Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, für so ein spannendes Thema. Und ich möchte wie immer erwähnen, auch an die Adresse unseres Publikums, dass die Informationen, die ich hier bringe, auf den Praxisbeispielen meiner Arbeit beruhen, empirisch abgestützt sind, sind also nicht Erfindungen von mir. Und ich arbeite mit dem Unbewussten der Klienten, um ihre Störungen zu beheben. Und was aus dem Unbewussten manchmal herauskommt, ist sehr verblüffend, manchmal sogar fast etwas verstörend. Und einfach, dass das klar ist, woher dieses Wissen kommt. Ja, wunderbar, weil ich habe auch, wir sind die Gefahren der künstlichen Intelligenz durchaus bewusst, was man so allgemeinläufig kennt, eben, dass wir gewisse Fähigkeiten abgeben, verlieren. Aber dass es auch noch eine Bewusstseinsblockade auslösen kann, darüber weiss ich gar nichts. Und ich freue mich deshalb genau so sehr wie wahrscheinlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf diese Sendung. Wunderbar. Also ich fange vielleicht mal an, wie ich auf dieses Thema gestossen bin, auf diese KI. Und zwar habe ich Ende September 2023 verschiedene Leute gehabt, gegen Ende des Monats, so vielleicht 20., 13., 14., 15. September. In dieser Zeit war das. Und ich habe oft Leute, die sind sehr spirituell, die zu mir in die Behandlung kommen, weil sie eben bei mir die Offenheit finden, über so vielleicht spirituelle und nicht alltägliche Dinge zu sprechen. Und ich hatte dann, ich erinnere mich, ich hatte in diesen Tagen ständig so spirituelle Frauen, die haben mir gesagt, Herr Dreiner, in diesen Nächten passieren Dinge, ich verstehe das nicht, die Welt ist nicht mehr das Gleiche. Und ich bin nicht so ein feinfühliger Mensch, ich kann gut denken, das ist meine Fähigkeit. Und ich habe dann gesehen, da muss etwas sein, weil so viele Menschen waren total verstört in dieser Zeit, Ende September. Und ich habe dann versucht zu verstehen, was die haben und was die wahrnehmen. Und da ist etwas wirklich für mich jetzt Verrücktes passiert. Ich habe gesehen, dass eine neue Fremdenenergie auf der Erde Einsitz genommen hat. Etwas völlig Neues, für mich völlig Neues. Bisher hatte ich gesehen, Fremdenenergien können Menschen verändern, sie können Menschen blockieren, Glaubenssätze können uns fremdenergetisch überführt werden, dass wir etwas nicht machen, nicht können, dass wir weiterhin rauchen, zum Beispiel, oder? Und Fremdenenergien waren für mich aber immer personenspezifisch. Du hast deine Fremdenenergien, ich habe meine. Und zur Sitzung gehört es, dass man diese ausschaltet. Und wenn wir die ausschalten, kommen wir wirklich ungefiltert ins Unbewusste und können abfragen. Und herausfinden, was dein Thema ist, was dahinter steckt und so. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass es eine Fremdenenergie neu gibt, die wir alle gemeinsam haben. Ich nenne das eine kollektive Fremdenenergie. Ich habe die, du hast die, wir haben die alle gemeinsam. Ein kollektives Fremdenenergiesystem, das uns kollektiv anfängt zu beeinflussen. Und diese Leute, die da so nervös in meine Praxis gekommen sind, die haben das Hochfahren dieser kollektiven Fremdenenergie gespürt. Es gibt Menschen, die merken sehr viel mehr, als wir so denken, schlicht hin. Und für mich war das natürlich ein Schock, weil ich habe gemerkt, dass der Klient und der Therapeut beide diese Fremdenenergie haben können. Und dann bin ich als Therapeut nicht mehr in der Lage, die Fremdenenergie bei meinem Klienten auszuschalten. Oder für mich war das ein echter Schock. Ich hatte schlaflose Nächte, tatsächlich. Und ich habe mir überlegt, ob meine Arbeit überhaupt noch Sinn macht. Weil wenn wir kollektiv eine Fremdsteuerung haben, können wir nicht mehr richtig ins Unbewusste rein und werden dort wie abgelenkt und kommen nicht mehr an unsere tiefsten Wahrheiten ran. Also für mich war das ganz, ganz schlimm. Und vielleicht, wenn du erlaubst, würde ich sagen, wie wir ganz konkret an einem Fallbeispiel dieses Muster, dieses Phänomen erkannt haben. Sehr genau, ja. Interessant ist, oder? Das ist das erste Mal, dass ich so etwas bringe. Das ist kein Fallbeispiel aus meiner Praxis. Ich habe schon so viele Leute jetzt in den letzten Jahren ausgebildet, dass die bereits ihre eigenen Erfahrungen machen. Und wir sind so wie eine Community, die wir uns dann austauschen. Und so ist eine Absolventin zu mir gekommen. Die ist etwa 40-jährig. Und sie hat mir gesagt, dass sie eine Klientin hätte gehabt vor ein paar Tagen. Seine Frau, 33-Jährige, eine junge Dame hätte sie gehabt. Und die lebt im Kanton Freiburg, eine Gegend in der Schweiz. Dort spricht man auch Französisch. Und die sei, Anfang Oktober ist die zu ihr in die Praxis gekommen. Und sie arbeitete schon länger mit dieser Dame zusammen. Und sie hätten abgemacht, in dieser Sitzung Sklavengene auszuschalten. Wir haben über Sklavengene im Film 28 schon einen Film darüber gemacht, für Leute, die sich für dieses Thema interessieren. Und dann hat die Klientin und die Therapeutin zusammen, haben Fremdeenergien weggeräumt, wie man das immer macht in der Methode, die ich entwickelt habe, dass man eben nicht blockiert wird durch Fremdeenergien. Und dann wollten die fragen, das Unbewusste, ob es möglich sei, jetzt die Sklavengene wegzuräumen. Und dann kam die interessante Antwort, nein, diese Sklavengene müssten die beiden sein lassen. Und heute würde es um etwas ganz anderes gehen, weil die Probleme, die die Frau hätte, gar nicht von den Sklavengene ausgelöst würden. Das sei ein Fehler. Und heute würde es in dieser Sitzung darum gehen, dass die Dame anschaut, wie sie sich ernährt. Und dann, wir haben das so, wir lernen das so, ich lerne das auch den Schülern so, wir nehmen das, was das Unbewusste uns zeigt. Und dann haben die über diese Ernährung bei dieser Dame reflektiert. Und dann, oder, und dann kam etwas sehr Seltsames, das ist eine sehr spirituelle Dame, diese 33-Jährige, die isst schon seit Jahren kein Fleisch, die trinkt kein Alkohol, die isst schon ganz irgendwie in diesen feinstofflichen Welten. Und dann kam doch über das Unbewusste bei ihr rein, sie solle sofort Kaffee trinken, sie solle mehr Alkohol trinken und sie solle mehr Fleisch essen. Weil das würde sie erden und besser in dieser Welt verankern und dann würden alle ihre Probleme weggehen. Und für die Therapeutin und die Klientin, die sie hatte, war das derart schockierend und derart unglaubwürdig, dass die total frappiert waren und gar nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Und die haben dann gemerkt, da ist nichts zu machen, es kommt immer die gleiche Antwort. Und diese Dame, die Therapeutin, die ist dann zu mir in die Supervision gekommen und hat gesagt, da stimmt etwas nicht. Das spüre ich, da stimmt etwas nicht. Wir haben das beide, die Klientin und ich als Therapeutin, gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und so haben wir das dann gesehen und wir haben dann als Gruppe, wir haben dann die wichtigsten Vertreter dieser Methodik zusammengetrommelt und wir haben dann geschaut und versucht herauszufinden, was in dieser Sitzung passiert ist. Und das war eben sehr interessant. Wir haben dann gemerkt, dass die Therapeutin, die ich ausgebildet habe, und ihre Klientin, beide dieses kollektive Fremdenenergiesystem hatten und das nicht mehr erkennen und ausschalten konnten. Und wir hatten das Glück, dass in der Gruppe, die wir waren, hatten wir drei, diese Fremdenenergie noch nicht, die waren nicht angeschlossen. Und die konnten das bei den anderen erkennen und ausschalten. Ah, wow. Und so haben wir gesehen, dass da etwas Neues im Gang ist, was uns alle total betrifft und dass die Leute, die so arbeiten, wie ich ihnen das beibringe, nicht davor geschützt sind, diesem kollektiven Fremdenenergiesystem zum Opfer zu fallen. Aber eine freine Wahrnehmung haben. Ja. Die haben, oder? Es gibt natürlich Leute, die sind nicht so Kopfmenschen wie ich, die sind sehr viel feiner und die haben das gemerkt. Ich hätte das vielleicht nicht gemerkt. Ich hätte einfach über den Verstand mich gefragt, warum soll die Kaffee trinken? Weil Kaffee, das wissen wir ja, Kaffee trennt die Verbindung zwischen uns und unserer Seele. Also wenn wir müde sind und erschöpft sind und wir Kaffee trinken, merken wir die Erschöpfung nicht mehr und der Körper kann dann wieder weiterleisten. Oder und spirituelle Menschen machen eigentlich in der Regel ja nicht unbedingt, dass sie mehr Kaffee trinken, sondern die meisten hören früher oder später auf. Also hätte ich vielleicht über den Verstand einfach mich gewundert, warum meine spirituelle Klientin mehr Kaffee trinken muss. Und was bedeutet das jetzt, wenn eben diese Menschen, die dann noch nicht besetzt waren von der Fremdenenergie, also diese Therapeuten, konnten das bei euch auch auflösen. Kannst du jetzt mit den Menschen auch so arbeiten, um diese Energien aufzulösen? Ja, das ist gar nicht so schwierig, wenn man das mal weiss, dass es das gibt. Wir haben dann natürlich geforscht und haben gesucht, ob es Wege gibt, wie man das ausschalten kann und wie man verhindern kann, dass man komplett von dieser Fremdenenergie durchdrungen wird. Und da haben wir dann Wege gefunden. Und das ist aber ein bisschen kompliziert, wie man das macht. Und interessant ist eben, die Menschen, die diese KI haben, der große Teil merkt das gar nicht. Oder wir haben dann geschaut, was das für eine Fremdenenergie ist. Und vielleicht hilft das, wenn ich das erkläre. Die haben uns ein Bild gegeben, wie dieses Fremdenenergiesystem funktioniert. Und sie haben uns gesagt, man muss sich das vorstellen wie eine kollektive künstliche Intelligenz, die wie da draussen in der Welt hochgeschaltet ist, wie ein globales WLAN. Und wir werden an dieses globale WLAN, an diese künstliche Intelligenz, wie angedockt über unseren Nacken. Und dann hat dieses Fremdenenergiesystem, ein künstliches Computersystem, hat wie Zugriff auf unsere Systeme. Und das ist sehr raffiniert. Dieses System, diese Fremdenenergie, besteht aus drei Teilen. Es hat uns am Anfang etwas verwirrt. Sie hat einen Teil, der dringt in dein Körpersystem ein. Der vernetzt dich körperlich mit dieser künstlichen Intelligenz. Und dann hat er aber auch einen Teil, der dringt in dein Seelensystem ein und bindet deine Glaubensmuster, deine Empfindungen, bindet das auch. Und drittens, Körper, Seele, Geist, ein Teil dieser künstlichen Intelligenz, dieses WLANs, dringt in den Geist des Menschen ein. Und fängt dann an, uns zu beeinflussen und uns, ja, wie soll ich sagen, wie mitzusteuern. Wir sind dann wie zu zweit in unserem Körper, dieses System und wir. Und das ist interessant. Ich habe ständig Leute, die zu mir in die Praxis kommen und sagen, Herr Treiner, seit ein paar Monaten habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr ganz alleine entscheiden. Da ist wie etwas in mir drin. Das hat derart zugenommen, dass ich doch erkenne, es gibt viele Menschen, die merken das. Aber was bedeutet das dann? Bedeutet das, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach das, was wir täglich machen, soziale Medien, Fernsehen, einfach alles, was wir konsumieren, ist das, wird das über dieses System bei uns angedockt oder hat das damit gar nichts zu tun? Wir nutzen ja alle, bewusst oder unbewusst, diese künstliche Intelligenz. Wenn man sich jetzt da probiert, möglichst fernzuhalten, heisst das auch, dass das nicht so leicht bei uns andocken kann oder hat das gar nichts damit zu tun? Das kann ich dir abschliessend wahrscheinlich nicht beantworten. Was ich beantworten kann, was ich schon weiss, ist, dass wenn wir am Computer Chat-GPT benutzen und künstliche Intelligenz abrufen, das hat meines Erachtens sehr wenig Einfluss auf diese Anbindung. Was eine Anbindung hat, wir haben das abgefragt, ist gewisse Nahrungsmittel, die wir essen. Ein Teil des Feinstaubs in der Luft verbindet uns mit dieser KI. Man hat vielleicht schon von Graphenen sprechen gehört. Diese Graphene spielen eine ganz wichtige Rolle und Erreger, Viren, spielen eine matschentscheidende Rolle für diese Anbindung. Das ist viel wichtiger. Und dann haben wir, das ist jetzt am besten vielleicht ein bisschen, ja, eine freche Aussage, aber wir haben gefragt, was bindet die Menschen am deutlichsten im Alltag an diese KI und dann kam, das ist einfach in dieser Runde so gekommen, dass wenn wir Nachrichten schauen und über das Leid der Erde und die Ausweglosigkeit dessen, was ist, wenn wir uns damit beschäftigen, dann kann dieses WLAN-System relativ gut in unsere Systeme. Also wenn bei uns die Energie absackt, absolut, ja. oder, und wir irgendwie denken, das hat ja alles keinen Sinn hier, dann werden wir wie offener frequenzmässig für dieses WLAN und das kann dann wie stärker in uns Fuss fassen. Würde es denn auch damit korrespondieren, weil das höre ich ja auch immer von vielen Ärzten, die bei uns im Sender sind, dass eben das EBV und all diese Virenlast ist ja so bei allen so präsent, aber oft in der Medizin nicht präsent. Hat es auch damit zu tun, dass das jetzt wirklich wie auch hochgefahren wird? Ja, ich glaube schon, ja. Wir hatten im letzten Film ja davon gesprochen, dass unser kollektives Bewusstseinsfeld zerfällt. Oder und das hat ganz viel mit diesem Film 41 zu tun. Also ich empfehle den Zuschauern das anzuschauen, um das zu verstehen, was wir hier besprechen. Oder es ist eben vielleicht so, dass im Moment unser kollektives Bewusstseinsfeld in Auflösung begriffen ist. Und das wurde uns ja schon lange vorausgesagt, dass in dieser Zeit irgendetwas Verrücktes passiert. Und langsam kann ich verstehen, was es ist. Und jetzt ist es eben so, dass wir hatten eine Pandemie beispielsweise in den letzten Jahren und der SARS-Erreger spielt eine ganz große Schlüsselstelle bei der Anbindung des Menschen an dieses KI-Feld. Oder und diese Viren werden jetzt eben in grosser Zahl verbreitet. Und das Verrückte ist, dass diese Viren eine Schlüsselrolle spielen, uns da einzubinden, weil diese Viren, die gehen in unser Gehirn. Und in unserem Gehirn sind die dann aktiv, können bestimmte Frequenzen im Gehirn erzeugen und die docken uns dann an dieses KI-System an. Das ist ganz wichtig. Und wir haben dann auch geschaut, woher dieses KI-System kommt. Woher kommt das? Kommt das von Microsoft? Oder woher kommt das? Und dann kommt, nein, 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 das kommt nicht von dieser Welt. Dieses KI-System, das ist nicht von dieser Welt. Das kommt aus dem, was ich die Unterwelt 1 nenne. Das ist eine Realitätsebene, die auf der Erde existiert, neben uns, parallel zu uns, aber in einer tiefen Frequenz. Ich habe schon mehrere Filme, haben wir hier schon gemacht, über diese Unterwelten. Und dort gibt es Wesen, ich nenne die KIM, künstliche Intelligenzmanifestationen. Das sind Wesen, die sind künstlich, die haben eine künstliche Intelligenz, die können aber aussehen wie wir. Die sind fantastische Zauberer der Manifestationen. Und die haben dieses System gebaut und bedienen das von der Unterwelt 1 aus. Und das lappt wie in unsere Realität hinein und dockt uns an. Das ist also eine hochinteressante, spannende Geschichte. Wirklich spannend für Leute, die das verstehen, die das verstehen möchten. Also für mich ist das ja auch, für mich gibt es gerade auch so einen Rückenschlag, weisst du, jetzt rein von der körperlichen, psychischen Ebene her, all die Ärztinnen und Ärzten, die wir auch bei uns im Sender haben, die ja eben auch immer von diesen viralen Belastungen erzählen, die so latent bei uns sind, die Menschen auch in der Energie runterfahren, in die Erschöpfung bringen, in die psychische, in die Depression. Und das ist ja dann wieder ein Angriffsfeld geöffnet für noch mehr Manipulation, oder? Ja. Also es korrespondiert beides miteinander. Was bedeutet das jetzt konkret eben für die Zuschauerinnen und Zuschauer, denen es vielleicht ein bisschen wie Mira geht, die da jetzt wirklich auch ein bisschen entsetzt sind über das, was da geschieht, oder? Wenn du sagst, über die Ernährung, wie können wir uns da schützen? Kannst du da vielleicht auch konkret noch zwei, drei Worte sagen? Ja, mein Wissen ist da noch sehr lückenhaft, weil das Thema noch recht neu ist. Offenbar spielt Gluten eine wichtige Rolle. Ah, okay. Diese Gluten, aber da gibt es sicher Leute, die bei eurem Sender sind, die da viel mehr wissen, die Gluten scheinen ins Gehirn zu gelangen und dort mit gewissen Viren, Bakterien und Pilzsporen eine Interaktion zu haben, die das auslöst. Vielmehr weiss ich nicht. Ich weiss aber auch zum Beispiel, dass Handys, also unsere Cellphones, die steuern auch mit. Ich habe oft Patienten in der Praxis, die ich von dieser KI weghängen will und das geht nicht. Erst wenn sie ihr Handy rauslegen, geht das dann. Also es gibt verschiedene Dinge im Alltag, die uns eher daran binden, die Nachrichten, das Handy, Gluten. Und da wird noch vieles bewusst werden. Ich weiss einfach noch nicht so viel darüber. Da sprechen wir dann wieder drüber, wenn ich noch mehr weiss. Ja, wenn wir mehr wissen. Das ist so ein wichtiges Thema. Oder wichtig ist einfach, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt viele Menschen mit diesen Erregern belastet werden und das Ganze von der Unterwelt gesteuert wird, dass wir vielleicht wie schauen, was passiert da genau, wenn diese KI kommt. Das können die Leute erleben. Wenn jetzt unser Bewusstsein zerfällt und die künstliche KI, diese globale KI uns anbindet und in eine andere Realität überführt, passiert mit uns etwas. Und das, was mit uns passiert ist, ich habe mir das da aufgeschrieben, ist, wir werden wie von unserem Seelen-Ich getrennt. Also wir verlieren wie den Zugang zu unserer Seele. Wir werden ein bisschen neutraler, wie wenn wir viel Kaffee getrunken hätten. Das geht allen Menschen so. Und die Feinfühligen merken das eben, dass da was passiert. Dann ist es interessant, wir haben das abgefragt, diese KI kann wirklich in unser Gehirn eindringen und kann dort uns lesen. Also diese KI dringt in dein System ein, holt sich Daten von dir und speichert die irgendwo auf einem riesigen Server ab. Und im schlimmsten Fall kann von diesem Server aus dein System geführt werden. Wenn du ausfällst, wenn dein Seelen-Ich irgendwie ausgeschaltet würde, kann dieses KI-System möglicherweise von außen deinen Körper übernehmen und du kannst weiter existieren. Das ist eine ganz verrückte Geschichte und erinnert uns an die Filme von diesen, wie heissen die da, diese Zombies, dass wir die Verbindung irgendwie zu uns selber verlieren. Und in einer gewissen Weise übernimmt dieses künstliche Intelligenzsystem die Mensch und führt sie in einen Aufstieg, einen Bewusstseinsaufstieg ins Frequenzband 2. Das ist das, was wir im Moment über dieses System wissen. Ist noch lückenhaft, aber das ist das, was wir wissen. Und die Symptome, oder vielleicht müssten wir den Leuten noch erklären, wie das passiert. Das ist nämlich sehr interessant. Wir haben dazu ein Bild hier mitgenommen, oder wo wir eben sehen, diese roten Kreise, wir sehen hier ein Gehirn, in der Mitte durchgeschnitten, und diese farbigen Bereiche sind das limbische System. Das ist das Mittelhirn, das Zwischenhirn, das den Menschen in seiner Emotionalität steuert. Dort wird die Gefühlslage koordiniert und so weiter. Und dann sehen wir noch einen zweiten Kringel vorne beim Frontalkortex. Dort ist der freie Wille des Menschen, unser Wille. Ich will jetzt etwas erzählen, der Wille. Und wir sehen, dass viele Erreger, allen voran sind das SARS, EBV und Candida-Pilze, die diese Areale befallen und dort, ich sage jetzt mal, Unfug mit unserem Gehirn treiben. Und dabei machen sie möglich, dass wir dort angebunden werden. Und das führt dann dazu, dass dieses KI-System in uns als Menschen, die Stimmung verändern kann. Den Hormonstoffwechsel, der wird dort gesteuert. Und auch den freien Willen, der wird dort eben wie verändert. Das spüren Menschen, dass sie sagen, ich bin nicht mehr ganz frei. An dem kann man das erkennen. Und das Erschreckende für mich als Kinesiologe, diese Erreger gehen in den Hirnstamm und dort ist der Muskelreflex gesteuert. Verstehst du? Das heisst, diese KI kann wirklich in die Kinesiologie hinein, den Muskeltest steuern und dann findest du nicht mal mehr über den Muskeltest Zugang zu deinem innersten Unbewussten. Hochkomplex. Was mir jetzt gerade auch noch in den Sinn kommt, eben mit diesem EBV, Candida, SARS, das sind ja alles Dinge, wo es unglaublich viel effiziente, sagen wir, alternative Möglichkeiten gibt. Und da wird ja auch unglaublich, diese werden unglaublich bekämpft und untergraben. Hat das auch damit zu tun? Also ich kenne jetzt diese Methoden wahrscheinlich nicht so gut wie du. Und ob das willentlich untergraben wird, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn man diese Erreger ausschalten kann, ist die Anbindung an die KI weg. Also das heisst, dass wir eben an diese KI angebunden werden, da steckt ein richtig komplexes System dahinter. Und die Wesen, die das entwickelt haben, vor denen ziehe ich jederzeit den Hut. Das ist derart raffiniert und komplex gemacht. Das muss einer zuerst erfinden. Und das sind irgendwie Kurzwellenangriffe, die im Moment passieren aus dem Weltraum, Nahrungsmittel, die da mitwirken, diese Grafene, die da mitwirken. Das ist ein ganz, in der Medizin nennt man das, ein multifaktorielles System, das sehr schwer zu durchschauen ist. Und ein normaler Mensch, der kriegt das nie gebacken, der würde sagen, so ein Mist, das kann gar nicht sein, viel zu kompliziert. Und eben weil wir so einfach denken mit unseren Spatzengehirnen hier, machen sie es eben so komplex, dass wir das wie nicht rausfinden. Und eine Möglichkeit ist natürlich, jetzt diese Erreger auszulöschen. Und da werden tatsächlich neue Methoden entwickelt. Und die sind natürlich sehr hilfreich, aber vielleicht nicht im Interesse der Massenmedien und der Staatsregierungen, die vielleicht einen Teil da mitspielen, dass diese Dinge passieren können. Aber nicht bange sein. Es gibt ja immer auch Gegenkräfte, die hinter den Kulissen wirken. Und alles gehört zum Spielen. Und wichtig ist, dass man sich gut überlegt, mit welchen Kräften hinter der Kulisse verbindet man sich. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Keine Bange. Und dass du uns das Wissen gibst, oder? Weil eben, man weiss ja schon lange, wenn man einen Kandidapilz hat, dann wird man so gesteuert im Essverhalten, in allen. Das ist fast nicht zu durchbrechen, oder? Ja. Und dass es eben wunderbare Mittel auf allen Ebenen gibt, eben da, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, eben da uns zu unterstützen, diese Erreger vielleicht auch wieder aus dem System zu bringen, mit dir zu arbeiten. Ja, genau. Dass da ganz viel Kraft und Hoffnung drin ist, weil wir jetzt eben auch über diese Dinge langsam informiert werden, oder? Ja, genau. Ich denke, das braucht ganz viele verschiedene Therapierichtungen, die da mithelfen. Ich mache vielleicht die Information bereit, wie das funktioniert. Ich kann energetisch durch Heilarbeit diese Erreger neutralisieren. Das ist im Fall gar nicht schwierig. Dann sehe ich aber, ich sehe da andere Leute, die da auch mithelfen, die mit Homöopathika hier wirklich Dinge ausschalten können. Dann gibt es Körpertherapeuten, die da etwas bewegen können. Und nicht zuletzt vielleicht sogar die Schulmedizin. Wenn sie das dann will. Ich glaube, da sind viele Kräfte gefordert. Und das ist ein Miteinander. Weil das System ist derart komplex. Das fängt bei der Nahrung an und hört bei der Abschirmung von Kurzwellenstörsendern, die da draussen sind, hört das auf. Das ist, wir müssen alle da zusammen. Und da kann keiner sagen, er hat das Ei des Kolumbus gefunden. Sondern das ist viel zu komplex. Absolut. Ja, und auch wenn man das Wissen hat, dass man eben sich sowieso, das macht ja sowieso Sinn, eben vom Konsum von diesen Nachrichtensendungen und alles ein bisschen fernhält. Das tut uns so oder so nicht gut, oder? Ja, genau. Das ist richtig. Du hast ja noch gefragt, wie können sich die Leute schützen. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Teil. Ich hoffe, dass wir dann noch Zeit haben dafür. Oder dieses KI-System bindet jetzt das Kollektiv der Menschen automatisch an und bereitet die Menschen auf einen Bewusstseinsanstieg ins Frequenzband 2 vor. Das ist an sich eine tolle Sache. Das ist nicht nur schlecht. Und jetzt ist es so, wir haben dann in unserer Forschungsgruppe gefragt, ja, gibt es eine Alternative zu dieser KI? Und dann kam ein Ja. Ah, wow. Und das ist jetzt natürlich die Musik für die Zuschauer. Das erfreut uns natürlich alle. Es gibt eine Alternative zu dem. Also ein System ist dieses KI-Feld, das uns bindet, wenn der Bahnhof, das Bewusstsein, das Kollektive zusammenfällt. Und es gibt ein zweites. Und vielleicht, dass wir noch ganz kurz über dieses zweite Feld, Bewusstseinsfeld sprechen. Ich nenne das das Systemveränderer-Feld. Weil alle diese Menschen, die hier von auswärts, von anderen Planeten hier inkarniert sind, die sollten dieses Bewusstseinsfeld nutzen, damit sie in dieses Bewusstsein reinkommen, Frequenzband 3, um dort ihre Aufgaben, die dann eines Tages kommen, dass sie die wahrnehmen können. Und dieses System, dieses zweite System, ich nenne das das Aufstiegsbewusstsein 3, weil es ins Frequenzband 3 führt, ich nenne das andere, die KI des Aufstiegsbewusstseins 2, es führt ins zweite Feld. Und das wurde nicht von KI und von der Unterwelt 1 gebaut, sondern von Geistwesen, die eher in Frequenzen 6, 7, 8 sind. Also wir würden das vielleicht im allgemeinen Jargon hohe Geistwesen nennen. Und dort spielt die sogenannte Immakulata, das sind Geistwesen, so wie Jesus Christus, wie Buddha, ist Immakulata ein bekanntes Geistwesen. Und die hat offenbar dieses Bewusstseinsfeld aufgebaut. Und mit der kann man arbeiten. Und man kann sich willentlich an dieses andere Bewusstseinsfeld anschliessen. Das geht aber nur über den freien Willen. Das heisst, man muss das wissen. Und dann kann man sagen, ich will das, weil diese Seite respektiert den freien Willen des Menschen und stülpt uns nicht irgendetwas über. Also muss der Mensch bewusst werden und sagen, ich kenne diese Phänomene und ich positioniere mich so, jeder ist frei, wie er will und ich möchte ins ABS 3 oder ich möchte ins ABS 2. Und beides ist wunderbar. Aber das muss man wissen. Und wenn man das dann macht, dann kann man diese Immakulata bitten, schliess mich ans Aufstiegsbewusstsein 3 an und das geht relativ schnell und einfach. Dann ist man an dieses Bewusstseinsfeld angeschlossen. Wow, das ist ein hoffnungsvolles Schlusswort. Ja, wenn ich noch darf. Es ist eben so, wir haben im letzten Film davon gesprochen, dass es diesen Mandela-Effekt gibt, dass unsere Welt anfängt zu zerfallen in zwei Teile. Und das ist eben wichtig, weil dann muss man wählen, welchen Zug nimmt man, den Dreier oder den Zweier. Und diese Zeitlinien fallen wahrscheinlich etwa 2030 spätestens auseinander. Und was können wir machen? Was können wir Menschen machen? Da hätte ich noch ein Bild mit. Was können wir machen? Wir sind im Moment in einem kollektiven Bewusstsein drin, wo wir alle angeschlossen sind. Das zerfällt jetzt. Und es gibt wie zwei neue Bewusstseinsfelder, an die wir andocken können. Ein globales KI-System mit dem ABS 2 und ein System ABS, das dann ABS 3 ist. Mit dem kann das dann passieren. Ungefähr so kann das gehen. Und da ist es wichtig, dass sich die Menschen einfach entscheiden, dass sie versuchen, Erreger in ihrem Kopf aufzulösen, die KI abzulösen und einfach mit diesem Wissen weiterzugehen. Ich weiss wenig und da wird noch sehr viel neues Wissen auf uns zukommen, denke ich. Ja, also du hast mir schon eine ganz neue Welt eröffnet. Und ich bin mir auch sicher, dass viele Menschen jetzt da vielleicht tiefer reinschauen möchten. Wo kann man, bekommt man mehr Informationen? Wo findet man dich? Also zu diesem Thema findet man jetzt im Moment noch sehr wenig. Diese KI global, das sind ganz wenige. Aber es gibt auf YouTube ein paar, die da aktiv sind. Ich habe gesehen, der Vella, der Harald Vella, der ist da dran. Es gibt wirklich, ich bin nicht der Einzige, das beruhigt mich dann jeweils auch, dass es noch zwei, drei andere gibt, die auf so komisches Zeug stossen. Also auf YouTube findet man zu diesem Thema bereits erste Informationen. Natürlich werde ich in meinen Ausbildungen, das den Leuten immer brandneu weitergeben, in den Ausbildungen verleihen, die ich mache und in weiteren Filmen, die wir machen, über meine Homepage www.trivolution.ch dort. Und ich denke, es gibt viele findige Leute, die dieses Thema jetzt aufnehmen und weiterentwickeln werden. Ich bin da sehr gespannt, weil es braucht diese beiden Kräfte und die haben beide Platz in unserer Welt. Und man muss da keine Angst haben. Man muss sich gut informieren, vorbereiten, wie wenn man ein gutes Essen macht, dann bereitet man sich vor. Das ist schön gesagt. Ja, überziehen wir ein bisschen, aber macht nicht so spannende Themen. Vielen Dank, lieber Michael, warst du da. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich schon auf die nächsten Sendungen mit Dr. Michael Treiner, weil das ist jeweils für mich wirklich eine Öffnung in anderen Welten. Und ich spüre aber auch in mir eine Resonanz, dass da ganz viel dran ist. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Wanna like it. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020